Die Ruhe vor dem Besucheransturm in der Bärenstadt. Esens feiert am 25. Oktober Halloween und Norddeutschland feiert mit. Halloween-Ausschussvorsitzender Markus Backenköhler rechnet mit mehr als 10.000 Gästen und die kommen aus der ganzen Region. Einige Fans hätten im vergangenen Jahr eine zweistündige Autofahrt in Kauf genommen, so Backenköhler. Manche buchten wegen des Festes sogar einen Kurzurlaub. Der Ort wappnet sich für das große Ereignis. Auch der Anzeiger für Harlinger Land ist mit einer Bühne vertreten, direkt neben dem Zauberwald auf dem Marktplatz. Ab 21 Uhr spielt dort die Gruppe Nightlife. Im Jugendhaus laufen die Vorbereitungen am Freitagnachmittag ebenfalls auf Hochtouren. Mädchen kostümieren sich, sie schminken und frisieren sich gegenseitig. Ab 18 Uhr werden sie durch die Stadt geistern und Passanten das Fürchten lehren. Anke ist eine von ihnen. Sie findet nicht nur am Leute erschreckend Spaß. Das Tanz macht auch mega Spaß. Ja, das Tanz macht auch Spaß. Ist super. Und auch so in der Gruppe und immer so zu treffen, ist einfach toll. Und dann muss sie erkennen, dass der, der gruselig aussehen will, auch manchmal leiden muss. Letztes Jahr haben wir uns jeden Tag vorher getroffen. Zum bereits zehnten Mal bereichert das Jugendhaus Esens die Kultveranstaltung mit künstlerischen Einlagen. Insgesamt ist es die elfte Ausgabe des Festes. Die Geschäfte laden am Freitagabend bis um 22 Uhr zum Moonlight Shopping ein. Dabei sind nicht nur die Ladenöffnungszeiten ungewöhnlich. Vom zuckersüßen Mottogebäck bis hin zum Skelett im Schulladen ist dann alles dabei. Die Mädchen des Jugendhauses werden dann durch die Gegend spuken. Ihr Publikum kennen sie schon genau. Die Vorfreude steigt, wie man hört. Und Freunde sagen auch schon, ah, dann gucke ich mir dich an. Und ich fühle mich ab, wenn man steht da drüber. Ich kenne doch keiner. Doch, ich kenne doch. Klappenkameraden und so erkennen einen sofort. Stell dir vor. Reges treiben also in Esenstraßen bis spät in die Nacht. Der Harlinger berichtet in seiner Montagsausgabe. Das war sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020